Tim ist elf und ihm war schon immer klar, dass er ein Junge ist. Ich war das nicht. Können wir, ja los, dann machen wir das mal. Hier bekommt er Pubertätsblocker. So, geschafft, heldenhaft. Das ist so ähnlich wie ein Stopp-Knopf, könnte man sagen. Die stoppt dann theoretisch die weibliche Pubertät.